hier ist heute wieder mit einem neuen lumina neo jpeg edition video heute bearbeiten wir dieses nette kleine foto ist ein schnappschuss von vor ein paar tagen von meinem hund der sich bequem gemacht hat auf dem bett so das erste was wir machen wir gehen ihn zuschneiden und ich lasse mal kurz neo gucken was man machen könnte es ist jetzt ein zuschnitt den neo vorschlagen würde den würde ich so nicht übernehmen also ändern wir den mal kurz und im letzten video habe ich ja kurz ganz ganz kurz darüber gesprochen dass neo anscheinend die neuerung hat wenn wir auf bildaufbau geklickt haben dass er dann den vorschlag macht und das ganze im verhältnis auf frei einstellt wie wir jetzt sehen war das wohl keine wirkliche neuerung sondern einfach nur ein glücklicher zufall denn jetzt hat das ganze auf 16 9 eingestellt interessant so also gehen wir auf frei wenn das ganze jetzt frei einstellen so wie wir es haben möchten und das machen wir mal das ist okay wird hier den rechten bereich noch ein bisschen weiter damit raus arbeiten wir können den oberen bereich relativ stark schneiden und unteren bereich mitnehmen und jetzt können wir das ganze zuschneiden jetzt haben wir das ganze auf jeden Fall schon mal zugeschnitten dann machen wir weiter und überspringen die entwicklung und gehen direkt in verstärken er gehen zum akzent und erhöhen den akzent ein wenig vorher nachher das ist schon mal gut dann gehen wir jetzt in struktur AI und ich ziehe mir das ganze hoch ich verstärk das ganze hier nochmal mit 10 auch das sieht gut aus jetzt können wir in den wesentlichen bereich gehen in die entwicklung und können den intelligenten kontrast ein wenig anheben die schatten aufhellen die lichter noch ein bisschen nach oben nehmen und dann kurz in die farben gehen die dynamik ein wenig nach oben ziehen dann können wir die entwicklung schon zu machen so dann werde ich mir wieder wie im letzten video auch super sharp AI nehmen aber diesmal auf niedrig und wir schauen einfach mal wie das ergebnis gleich aussieht ich lasse das ganze wieder live mitlaufen ihr seht ja wie schnell das hier funktioniert so dann gehen wir jetzt auf 100% und ich schalte das ganze mal aus aus und ein ja sieht okay aus allerdings erkenne ich hier wieder diesen typischen fehler den das werkzeug immer noch hat da muss ich mittlerweile sagen es ist anscheinend aktuell einfach so dass dieser fehler immer noch besteht was ich nicht wirklich sehr schön finde aber man muss ehrlicherweise auch sagen wenn man sich das bild komplett ansieht hält der fehler nicht auf von daher kann man es machen trotzdem wäre nett wenn skylim das endlich mal beheben würde das wäre super so wir haben geschärfte wir haben anpassung vorgenommen ich würde jetzt gerne im kreativ bereich noch mal gerne mit der belichtung arbeiten beziehungsweise diese einfach neu belichten dafür haben wir ein entsprechendes werkzeug in neo bekommen so kurz mal gucken nah würde ich tatsächlich abdunkeln und fern müsste oben sein genau fern ist der obere bereich fern würde ich relativ weit nach oben ziehen einfach damit ja der hund noch ein bisschen besser zur geltung kommt gucken mal vorher nachher ich schalte das werkzeug aus so sah das ganze vorher aus und so sieht sie jetzt aus da haben wir eine verbesserung durchgeführt ich finde die belichtung hier deutlich besser als vorher vorher war es dunkel jetzt ist es es sieht einfach ein bisschen schicker aus so dann machen wir die neue belichtung zu und gehen jetzt noch in die stimmung rein denn ich hätte gern noch ein look up table aufs bild gelegt so wir gehen mal in die kinolooks gucken auch hier die neuerung dass man nur drüber hauern muss und dann wird das schon angezeigt ich finde hier ähm riverside ganz nett bringt ordentlich Farbe ins spiel würde ich sagen ist mir ein bisschen zu stark deswegen wir drehen es ein wenig runter und äh ja sind damit der bearbeitung fertig das war es schon ähm keine minettierung heute die fällt weg finde ich hier in dem bild nicht passend dann schauen wir uns jetzt nochmal original und nachher und äh verarbeitete version an so vorher dunkel aber schon grundlegend gutes bild und das haben wir mit lumina neo aus dem jpeg rausgeholt das ist ein sehr also wirklich ein ziemlich gutes ergebnis wie ich finde so ich hoffe ihr hattet spaß mit diesem kleinen video wir sehen und hören uns gerne beim nächsten mal wieder ciao